Hallo Freunde, ich bin Emilia. Ich habe eine extrem seltene genetische Störung. Diese Erkrankung ist so unglaublich selten, dass es weltweit nur 400 bekannte Fälle gibt. Und ich bin einer davon. Ihr werdet sicher geschockt sein, wenn ich es euch erzähle. Oder mir nicht mal glauben. Ihr könnt diesen Kanal übrigens abonnieren, wenn ihr über neue Videos benachrichtigt werden wollt. Und wenn euch meine Geschichte gefällt, dann vergesst bitte nicht, es zu liken. Zuerst erzähle ich euch etwas, das geschah, als ich sechs Jahre alt war. Denn damals bemerkten meine Eltern zum ersten Mal, dass etwas mit mir nicht stimmte. In der Nähe unseres Hauses gab es einen Wald. Manchmal gingen wir zum Zelten dorthin. Bei einem dieser Ausflüge bereitete meine Mom das Abendessen zu, während mein Dad und ich Feuerholz sammelten. Plötzlich hörten wir Mama schreien. Mein Dad rannte sofort zu ihr zurück. Eine riesige Schlange war auf den Tisch gekrochen und hatte es sich direkt neben unserem Essen bequem gemacht. Mein Dad sagte zu meiner Mom, Schatz, keine Panik, ich regle das. Er versuchte vergeblich, die Schlange mit seltsamen Geräuschen zu vertreiben. Ich hatte bemerkt, dass die Schlange neben dem Schokokuchen saß. Ohne nachzudenken ging ich zum Tisch, packte die Schlange hinter dem Kopf und schleuderte sie davon. Meine Eltern starrten mich ungläubig an. Die Schlange war ebenso verdutzt. Sie schlängelte davon und verschwand im Wald. Als Mama schrie, Bist du übergeschnappt? Sagte ich nur, sie wollte den Kuchen essen. Das war natürlich unheimlich gefährlich. Bei einem Biss hätte ich krank werden oder sterben können. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie ich mit gerade mal sechs Jahren so mutig sein konnte. Das liegt daran, dass ich keine Angst empfinde. Ich fürchte mich vor nichts. Es klingt vielleicht cool, wenn ich das so sage. Aber um diese genetische Störung bin ich echt nicht zu beneiden. Menschen haben sechs Emotionen. Eins, Freude. Zwei, Trauer. Drei, Ekel. Vier, Überraschung. Fünf, Wut. Und sechs, Angst. Diese Emotionen werden vom Gehirn erzeugt. Das Gehirn entscheidet, welche Emotion wir empfinden, je nachdem, in welcher Situation wir uns befinden. Doch was passiert, wenn das Gehirn eine dieser sechs Emotionen nicht kennt? Richtig, man kann sie nicht empfinden. Dieses Problem haben Menschen wie ich. Unser Gehirn weiß nicht, was Angst ist. Ich bin also die furchtloseste Person, der ihr jemals begegnen werdet. Darauf bin ich aber nicht wirklich stolz. Denn keine Angst zu haben, ist viel gefährlicher, als ihr vielleicht denkt. Tatsächlich kann es sehr unangenehm sein. Ein paar Mal wäre ich deswegen sogar fast gestorben. In der Nähe meiner Schule gibt es einen Park. Meine Freunde hängen dort nach der Schule oft ab und quatschen. Einmal klaute ein Mann einer Frau, die auf einer Bank neben uns saß, die Handtasche und rannte davon. Als er vorbeirannte, stellte ich ihm ein Bein. Er stolperte und fiel auf sein Gesicht und die Handtasche flog ihm aus der Hand. Sie war natürlich sehr froh darüber, was ich getan hatte. Sie dankte mir wieder und wieder. Doch was ich getan hatte, war viel zu gefährlich für jemanden in meinem Alter. Wenn der Mann ein Messer oder eine Pistole gehabt hätte, hätte er mich ernsthaft verletzen können. Das ist aber nur ein Beispiel für eine gefährliche Situation, in die mich meine gestörte Furchtlosigkeit bringen kann. Konnte ich daraufhin mein Verhalten ändern? Natürlich nicht. Da ich nicht weiß, was Angst ist, haben schlechte Erfahrungen wie diese leider keine Wirkung auf mich. Ganz egal, was ich erlebe, ich handle weiterhin ohne Angst. Jetzt denkt ihr vielleicht, okay, du empfindest keine Angst. Benutz doch einfach deinen Verstand. Schütz dich in so einer Situation, auch wenn du keine Angst empfindest. Aber das geht leider auch nicht. Ich weiß, dass man, wenn man Angst hat, normalerweise Herz klopfen, einen kürzeren Atem und schwitzige Hände bekommt. Ich verstehe nicht, warum ich Angst haben sollte, weil nichts davon mit meinem Körper passiert. Ich bin nicht dumm. Mein IQ ist ganz normal. Mein Gedächtnis ist auch okay. Ich vergesse diese Situationen nicht. Aber wenn ich eine riesige Spinne sehe, packe ich sie trotzdem mit bloßen Händen, ohne darüber nachzudenken. Ich sehe keinen Grund zur Vorsicht, weil mein Gehirn mir nicht sagt, dass ich Angst haben sollte. Darum kann ich in aller Ruhe Dinge tun, die ihr vielleicht verrückt findet. Es gibt natürlich viele mutige Menschen. Doch diese Störung hat nichts damit zu tun, mutig zu sein. Es ist mehr als das. Wenn ihr zum Beispiel über die Straße wollt, vergewissert ihr euch zuerst, dass keine Autos kommen. Menschen mit meiner Störung tun sich sogar mit etwas so Simplen schwer. Ich trete meist auf die Straße, ohne nach links und rechts zu schauen. Noch verrückter, würdet ihr euch wilden Tieren nähern, obwohl ihr wisst, dass sie euch in Stücke reißen könnten? Menschen wie ich leider schon. In der siebten Klasse machten wir einmal einen Ausflug in den Zoo. Nach einer Weile kamen wir zum Tigergehege. Im Gehege waren zwei ausgewachsene und ein junger Tiger. Der kleine Tiger war natürlich super süß. Ich wollte ihn unbedingt streicheln. Uns trennte eine Mauer und ein Wassergraben von den Tigern. Ich dachte, ich könnte hinunterspringen durch den Graben schwimmen und dann einfach den kleinen Tiger streicheln. Ich beschloss es zu probieren und begann über die Mauer zu klettern. Zum Glück sah mich die Lehrerin und packte mich noch, bevor ich springen konnte. Emilia, was machst du? Bist du verrückt? schrie sie. Ich verstand natürlich nicht, was ich falsch gemacht hatte und versuchte mich zu erklären. Ich wollte nur den kleinen Tiger streicheln und wieder gehen. Nach diesem Vorfall brachten mich meine Eltern zu einem Therapeuten. Sie wussten, dass ich sehr mutig bin, aber das war dann doch etwas zu viel. Der Therapeut stellte mir viele Fragen über ähnliche Vorfälle aus meiner Vergangenheit. Danach sagte er meinen Eltern, Emilia scheint kein psychologisches Problem zu haben und verwies sie an einen Neurologen. Neurologen beschäftigen sich mit Problemen rund ums Gehirn. In der neurologischen Abteilung machten sie weitere Tests. Bei einem Test zeigte mir der Arzt Fotos von Gesichtern und fragte mich, wie sich diese Personen fühlen. Beim ersten Foto sagte ich, er lacht, er ist glücklich. Beim nächsten, sie weint, also ist sie traurig. Das dritte Foto zeigte eine schreiende Frau. Ich sagte, sie schreit, also... und verstummte. Ich weiß, das klingt unmöglich, aber wenn ich das Gesicht von jemandem sehe, der Angst hat, erkenne ich nicht, dass diese Person Angst hat. Mein Gehirn ist nicht nur unfähig, Angst zu erzeugen, sondern registriert auch nicht, wenn andere Angst haben, da es nicht weiß, was Angst überhaupt ist. Da mein Gehirn es nicht weiß, weiß ich es auch nicht. Nach diesen Tests diagnostizierten die Neurologen meine Störung. Kein Angstempfinden. Da dies eine seltene genetische Störung war, wurde ich zu einer medizinischen Fallstudie. Ab und zu besuchen mich Wissenschaftler und führen neue Tests durch. Diese Störung wird immer noch erforscht, da ihre Ursache noch nicht bekannt ist. Wie ihr vielleicht schon vermutet, gibt es auch keine Behandlung. Ich werde für den Rest meines Lebens damit leben müssen. Hat diese Krankheit auch irgendwelche Vorteile? Zum Glück schon. Ich habe keine Ängste, die einem das Leben schwer machen. Ich hatte zum Beispiel nie Angst vor Prüfungen. Das hat sich immer positiv auf meine Noten ausgewirkt. Ich habe auch keine Angst vor Vorträgen. Weil ich so locker drauf bin, spreche ich meistens an den Elternabenden im Namen der Schüler. Ich habe auch keine Phobien, wie zum Beispiel Platzangst oder Angst vor Clowns. Und werde sie auch nie haben. Auch beim Fliegen schlafe ich immer wie ein Baby. Ganz egal, wie heftig die Turbulenzen auch sind. Ich habe nie Angst. Einmal flogen wir durch ein Gewitter und ich sah, wie ein Blitz in eins der Triebwerke einschlug. Ich lachte und erzählte es meiner Mom. Sie meinte, Emilia, du musst mir diese Dinge nicht sagen. Nicht alle sind so furchtlos wie du. Meine Freunde erzählten mir, dass Angst manchmal auch unterhaltsam sein kann. Das verpasse ich natürlich alles. Ich mag zum Beispiel keine Horrorfilme, weil sie mir keine Angst machen. Ich habe überhaupt keine Angst vor Geistern, Zombies oder Vampiren. Wissenschaftler, die meine Krankheit erforschen, setzten mir Elektroden auf den Kopf und zeigten mir Szenen aus den gruseligsten Filmen. Mit diesen Elektroden konnte man direkt sehen, was in meinem Gehirn passierte. Aus den Tests wurde deutlich, dass es keine Aktivität in dem Teil meines Gehirns gab, der für die Angst zuständig war. Das war zu erwarten. Aber jetzt war es wissenschaftlich dokumentiert. Etwas anderes, worauf viele total abfahren und ich nicht, ist Achterbahnfahren. Einmal fuhr ich mit, obwohl ich wusste, dass ich keine Angst haben würde. Meine Freunde schrien wie am Spieß. Aber ich langweilte mich nur und sah mich um. Jetzt kennt ihr meine ganze Geschichte. Angst bewahrt uns vor Gefahren. Deshalb ist sie überlebenswichtig. Aber würdet ihr trotz all dieser Nachteile mit mir tauschen wollen? Schreibt mir einen Kommentar. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Es tat wirklich gut, euch all das zu erzählen. Tschüss. Hallo Freunde. Ich bin Rita und das ist Jana. Wir gingen auf die gleiche Schule. Wir waren gute Freunde und verbrachten viel Zeit zusammen. Wir verabredeten uns nach der Schule oft bei mir oder ihr. Unsere Familien waren beide wohlhabend. Am Wochenende gingen wir shoppen und kauften einander Geschenke. Und wir machten gemeinsam Urlaub. Janas Familie ist immer noch reich. Aber leider ist mein Dad pleite gegangen. Er musste alles verkaufen, was wir hatten, um seine Schulden zu bezahlen. Wir hatten ein tolles Haus. Wir mussten es verkaufen und in eine kleine Wohnung ziehen. Die Woche darauf kam Jana mich besuchen. Als ich ihr die Wohnung zeigte, schaute sie sich um und meinte, du sagtest, die Wohnung sei klein, aber sie ist winzig. Ich glaube, mein Zimmer ist größer als eure ganze Wohnung. Ich bemerkte ihren herablassenden Gesichtsausdruck, dachte aber, das bilde ich mir nur ein. War die Wohnung möbliert? fragte sie. Alles sieht so alt aus und nichts passt zusammen. Ich hatte mich also doch nicht getäuscht. Sie schaute auf mich herab. Das hätte ich nicht von ihr erwartet. Ja, wir waren nicht mehr reich. Aber ich war noch dieselbe Person. Was kümmerte es sie, ob ich reich oder arm war? Ich bot ihr an, auf meinem Bett zu sitzen. Ich hole uns kurz etwas zu trinken, sagte ich. Jana starrte aufs Bett. Und fegte zuerst den vermeintlichen Schmutz weg. Sie schien sich zu ekeln. Wie kannst du an so einem Ort nur leben? Ich wäre echt sauer auf meinen Dad, meinte sie. Warum sollte ich sauer sein? Dank ihm hatte ich bis jetzt ein echt tolles Leben. Es wäre nicht fair, ihm die Schuld für das alles zu geben. Das könnte jedem passieren. Sogar dir, entgegnete ich ihr. Jana sagte, ich verstehe nicht, warum du ihn in Schutz nimmst. Nichts für ungut. Aber mein Dad ist nicht so ein Loser. Ich glaube nicht, dass er mir sowas jemals antun würde. Jetzt reicht es aber. Pass auf, was du sagst, Jana, sagte ich. Sprich nicht so über ihn. Mein Dad ist ein wirklich guter Mensch. Kurz darauf machte Jana sich auf den Heimweg. Am nächsten Tag kam sie in der Schule zu mir herüber. Sorry, Rita, sagte sie. Du bist meine beste Freundin. Ich habe diese Dinge gestern gesagt, weil du mir wichtig bist. Ich dachte, sie hätte ihren Fehler erkannt und vergab ihr. Doch bald merkte ich, dass ich falsch gelegen hatte. Denn Jana enttäuschte mich wieder. Am Abend bereitete ich mit Mom das Essen zu. Mein Dad kam nach Hause. Er gab mir und Mom einen Kuss. Er hatte zu jener Zeit zwei Jobs. Nach dem ersten Job kam er nach Hause und aß mit uns zu Abend. Dann musste er zum zweiten Job. Seine Jobs lagen nahe beieinander, aber weit weg von zu Hause. Dad, warum kommst du nur fürs Abendessen nach Hause? Warum isst du nicht dort etwas? fragte ich. Ich komme nicht nur zum Essen nach Hause, antwortete er. Ich komme den ganzen Weg nach Hause, um mit euch zu essen, meiner Familie. Schatz, du bist so müde, meinte Mom. Wir können auch von einem Job leben. Dad schaute mich an und sagte, ich möchte, dass Rita auf eine gute Uni gehen kann. Einen Job habe ich also für die Familie, den anderen nur für meine Tochter. Meine Mom und ich waren so gerührt, das zu hören. Am nächsten Tag hatte ich einen Mathe-Test. Jana kam auf mich zu. Sie hatte kaum geschlafen und ihre Augen waren aufgequollen. Ich hatte Mitleid mit ihr. Deine Noten sind doch so gut. Warum setzt du dich so unter Druck? fragte ich sie. Jana lächelte. Ich habe beschlossen, Abschiedsrednerin zu werden. Wow, du bist ja richtig ehrgeizig. Das würde bedeuten, dass du eine Rede schreiben müsstest. Bist du sicher, dass du das alles möchtest? Jana war ganz aufgeregt. Genau deshalb möchte ich Abschiedsrednerin werden. Stell dir vor, ich halte eine mitreißende Rede. Und danke meinem Dad, dem vor Rührung die Tränen kommen. Wäre das nicht toll? fragte sie. Ich konnte verstehen, warum Jana das unbedingt wollte. Als sie ein Baby war, ließen sich ihre Eltern scheiden. Janas Mom hatte sie daraufhin verlassen und verschwand. Bis heute weiß keiner, wo sie ist. Sie hasste sie dafür, dass sie sie sitzen ließ. Ihr Dad war ihr Ein und Alles. Sie wollte ihren Dad stolz machen, indem sie Abschiedsrednerin wurde und ihm ihre Rede widmete. Jana konnte alles erreichen, was sie wollte. Und ich war mir sicher, sie würde es schaffen. Diese Woche war echt hart, sagte sie nach dem Test. Pyjama-Party bei mir zu Hause? Ich lade noch zwei Freundinnen von meiner alten Schule ein. Das wäre toll. Wir werden sicher Spaß haben, meinte ich. Als ich am Samstag zu Jana ging, waren da auch die beiden anderen Freundinnen. Ich hatte sie noch nie gesehen. Wie bei jeder Pyjama-Party quatschten wir vor dem Schlafengehen bei Milch und Keksen. Jana schaute mich an und sagte, hoffentlich nimmst du mir das nicht übel, aber ich wollte deinetwegen Jasmin und Melissa nach ihrer Meinung fragen. Ich war mir nicht sicher, wovon sie redete. Sie wandte sich den anderen zu. Stellt euch vor, ihr wacht morgen auf und euer Dad sagt, wir haben kein Geld mehr. Wir ziehen in eine kleine Wohnung mit gebrauchten Möbeln. Würdet ihr ihm sagen, lieber Daddy, das hört sich super an, lass uns gleich umziehen. Oder würdet ihr euren Dad konfrontieren? Ich war sprachlos. Warum hatte Jana das erzählt? Warum sollte ich das mit jemandem besprechen, den ich nicht kannte? Bevor sie irgendetwas sagen konnten, meinte ich, Jana, das geht zu weit. Warum zum Teufel stört dich das so sehr? Weil du endlich einsehen musst, dass ich recht habe, antwortete sie. Ich bin traurig, dass du in Armut lebst. Dein Dad ist schuld daran. Aber du willst es nicht einsehen und nimmst ihn immer noch in Schutz. Ich sprang auf. Jana, kannst du mir bitte ein Taxi rufen? Ich will nach Hause, sagte ich. Klar kann ich das, aber kannst du das auch bezahlen? fragte sie herablassend. Also stand ich auf und ging. Das war das Ende unserer Freundschaft. Ich war zwar sehr traurig, konnte aber nichts tun. Sie war zu weit gegangen. Wir redeten nicht mehr miteinander. Wir hatten sowieso viel zu tun. Wir waren beide mit Lernen beschäftigt. Wie erwartet, schloss Jana als Abschiedsrednerin ab. Wir waren keine Freunde mehr, aber ich freute mich für sie. Und ich war auch unheimlich neugierig auf ihre Abschlussrede. Dann war unser Abschlusstag gekommen. Die Feier fand auf dem Fußballfeld statt. Wir Schüler standen auf der einen Seite in unseren Barretten und Talaren. Die Familien saßen separat von uns. Es gab eine Bühne und ein Podium. Zuerst sprach unser Direktor und dann einige Lehrer. Schließlich war es Zeit für die Abschiedsrede. Jana wurde aufgerufen. Sie schien abwesend, als sie ihren Preis entgegennahm. Sie schaute sich die ganze Zeit um. Sie sah gar nicht glücklich aus. Jana ging zum Podium, um ihre Rede zu halten. Sie trug die Rede vor, die sie vorbereitet hatte. Genau wie ich vermutet hatte, erwähnte sie ihren Vater bereits im ersten Satz. Sie sagte, sie liebte ihn so sehr und verdanke ihm all ihren Erfolg. Doch irgendwie fehlte ihr jegliche Leidenschaft. Scheinbar wollte sie möglichst schnell wieder vom Podium runter. Plötzlich hielt sie inne. Tränen strömten über ihr Gesicht. Als sie weiterredete, las sie nicht mehr von ihren Karten ab. Ich habe diese Rede vor Monaten geschrieben, aber ich möchte nicht weiterlesen. Denn mein Dad, dem ich diese Rede gewidmet habe, ist nicht hier. Und wollt ihr wissen, warum? Er hat ein wichtiges Meeting. Ich habe ihm gesagt, dass das heute echt wichtig ist und er kommen müsse. Ich komme zu deinem Uniabschluss. Der Schulabschluss ist nicht so wichtig, meinte er. Ich ließ nicht locker, aber er sagte nur, so verdient man Geld. Ich muss zu diesem Meeting. Mach nicht so ein Theater. Ich werde dir dafür ein teures Abschlussgeschenk kaufen. Doch alles, was ich zum Abschluss will, ist mein Dad. Und das versteht er nicht. Eigentlich hat er das noch nie verstanden. Er dachte immer, dass mir seine Geschenke genug wären. Nachdem sie das gesagt hatte, stürmte Jana vom Podium. Wir waren geschockt. Ich konnte nicht anders und rannte ihr nach. Ich fand sie weinend unter einem Baum. Ich setzte mich neben sie. Sie sah auf. Als sie mich sah, umarmte sie mich und schluchzte noch mehr. Rita, ich war so eifersüchtig auf deine Beziehung mit deinem Dad. Deshalb wollte ich deinen Vater schlechtreden, weil ich so eifersüchtig darauf war, wie sehr er dich liebte und sich um seine Familie kümmerte. Ich bin ein schlechter Mensch. Ich habe versucht, eure tolle Beziehung zu zerstören. Ich war schockiert, das zu hören. Aber ich konnte sie verstehen. Jana hatte niemals die Liebe von ihren Eltern bekommen, die sie brauchte. Da war es normal, dass sie so eifersüchtig war. Wahrscheinlich würde es mir an ihrer Stelle genauso gehen. Ich umarmte sie. Ja, sie wollte mir schaden, aber es hatte nicht geklappt. Denn sie konnte nicht ahnen, wie stark das Band zwischen mir und meinem Dad ist. Und niemand kann diese Beziehung zerstören.